Ja, Lülleppe, das ist eine Inselteur oder kommt überwiegend erst mal aus einem Blechhandwerk, also Flaschner oder Klempner. Klempner war eine Lülleppe. Wenn es kaputt war, dann kamen die hin und da, dass ich Lühe, dass am Kran hier dran war. Da war eine Lülleppe, eine Klempne. Und Huck, du mir das verfeinern und sag mal, sie können Lülleppe, wir sind Abortologen. Ja, und die haben dann die Bleiröhre zusammengelöht. Ein Stück wurde abgeschnitten und eine Kälte drauf und dann ein anderes Stück drauf gesetzt und dann wurde das in dem Kälte gelöht. Und wenn das so weit war, dann wurde ein Papierstückchen gemacht, ein Läppchen, dann wurde das geladet gestrichen und dann war das eine schöne Lötstelle. Und manche sind noch hingegangen und haben dann nur den Dumen genommen, wenn sie kein Papier hatten. Die hatten natürlich nachher, du weißt, was für ein Hornhaut auf dem Dumen.